Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Es läuft immer noch Season 1 und gestern im Stream haben wir uns überlegt, mal Hardcore in der Season zu spielen. Ich bin ja ein absoluter Feind. Nein, Feind ist zu viel, aber kein Freund von Hardcore. Ist einfach nicht mein Playstyle, dass wenn ich sterbe, der ganze Charakter und alles, was ich gemacht habe, weg ist. Das wie übrigens auch gestern passiert. Ein Bild ohne CC-Break nicht gut. Aber eine Sache ist uns aufgefallen, nachdem ich gestorben bin und zwar, dass es in der Season viel, viel einfacher ist mit einem Hardcore-Charakter. Das hat natürlich den Grund, dass es diese Saisonreise-Bonis gibt, saisonale Segen, die man sich komplett machen kann. Dort kriegt man mehr Erfahrung. Das ist schon mal ein extremer Boost. Man kriegt mehr Gold, was auch extrem gut ist, damit man seine Sachen ständig upgraden kann. Und durch die Herzen wurde das Game natürlich sehr, sehr viel einfacher. Wenn man jetzt nicht unbedingt die Angriffsherzen wie das Barbarenherz nimmt, sondern defensive Herzen, die einen davor schützen, einen tödlichen Schaden zu erleiden, dann kann man Hardcore ganz gut spielen. Vor allen Dingen auch mit den neuen Teleportations-Schriftrollen, die es im Spiel gibt. Und ist es in der Season sehr viel einfacher, Hardcore zu spielen. Und das bringt mich auch zum Thema dieses Videos. Und zwar gibt es ja eine Trophäe, die voraussetzt, einen Hardcore-Charakter auf Level 50 zu bringen. Wahre Beharrlichkeit erreicht du für 50 mit einem Hardcore-Charakter. Und das, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, und das werden die allermeisten noch nicht gemacht haben. Wir haben gerade hier die Prozentzahl der Trophäe gesehen. 1,1% hat das erst. Wenn es irgendwann eine Möglichkeit gab, Hardcore-Charakter auf Level 50 zu spielen, dann ist es jetzt. Ich bin gestern auf Level 38 gestorben. Und das war nach 5 Stunden. Und wir haben uns echt Zeit gelassen und sind zu dritt rumgelaufen. Wenn ihr da ein bisschen Gas gebt, könnt ihr das easy an einem Nachmittag bzw. an einem Sonntag schaffen. Also wenn ihr vorab Platin zu holen und euch diese Trophäe noch fehlt, dann ist jetzt auf jeden Fall der Zeitpunkt gekommen, das zu tun. Mein Tipp ist auf jeden Fall, sich einen Charakter zu nehmen, der Crowd-Control-Breaks hat. Das heißt, zum Beispiel hier beim Druiden sowas wie irgendeines Bollwerk zum Beispiel, was euch aus einem Control-Control rausholt. Auch wenn das diesen Dienstag, also morgen, etwas reduziert wird, würde ich auf jeden Fall darauf setzen, einen Charakter zu haben, der Crowd-Control-Breaks hat. Weil das war der Grund, wieso ich gestern gestorben bin. Beziehungsweise für euch, ne es war gestern, mit Level 38. Ich war gestunnt, kannte mich nicht heilen, konnte nicht breaken und bin dann gestorben, weil ich noch mehr Schaden bekommen habe. War ärgerlich, aber habe ich auch daraus gelernt. Außerdem, durch die Herzen ist es jetzt natürlich auch sehr viel einfacher, Uberlille zu besiegen. In meinem letzten Platin-Video, was ich ja vor der Season schon gemacht hatte, ist glaube ich jetzt schon fast zwei Monate her, hatte ich ja gesagt, dass die Trophäe quasi unmöglich ist zu bekommen für einen normalen Spieler. Wir können gerade mal gucken, wie da gerade die Prozentzahl ist. Das haben 0,9 Leute geschafft, 0,9, 0,9 Prozent der Spieler geschafft. Also nochmal weniger als die Hardcore-Trophäe. Das ist jetzt auf jeden Fall einfacher mit dem Herzen, mit dem Barbarenherzen, was die Crypt sammelt und dann mehr Schaden macht. Kann man es jetzt auf jeden Fall sehr viel einfacher schaffen, als es noch vor der Season der Fall war. Wenn ihr da noch drauf hinarbeiten wollt und die Trophäe euch holen wollt, ist das jetzt auf jeden Fall der perfekte Zeitpunkt. Wir wissen nicht, was in Season 2 kommt, ob es dort auch eine Mechanic gibt, womit man Uberlille einfacher besiegen kann. Deswegen macht das jetzt auf jeden Fall noch. Ich wurde oft unter den YouTube-Kommentaren gefragt, was man noch machen kann. Dass das Game tot ist und und und. Platin ist auf jeden Fall ein super Zeitvertreib und wenn ihr einmal Platin habt, dann habt ihr das auch für immer. Ich habe das ja schon Pre-Season gemacht. Ist auf jeden Fall etwas, wenn ihr Trophäen gerne sammelt, etwas, was ihr auf jeden Fall jetzt machen solltet in Season 1. Weil, wie gesagt, wir wissen nicht, was in Season 2 kommt. Season 2 ist ja auch eher ein Hotfix als wirklich ein richtiges Content-Update. Aber da werde ich auch nochmal ein bisschen was zu sagen in einem späteren Video. Und ja, mein Tipp, macht jetzt auf jeden Fall noch die Trophäen ready. Wenn nicht jetzt, wann dann? Lasst einen Follow auf den Kanal da. Ich bin ab nächster Woche im Urlaub da. Ich habe relativ viel vorproduziert. Wenn mal den einen oder anderen Tag kein Video kommt, wisst ihr Bescheid. Ich bin im Urlaub. Lasst einen Like auf dem Video da und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.